So, eine andere Geschichte, die ich gerne erzähle, ist von Paul Agjevic. So, another story I love to share is Paul Agjevic's story. Er war ein guter Freund von uns. He is, he was a very good friend of ours. So, Paul Agjevic, sah ich zum ersten Mal bei unserem Marsch des Lebens 2008. Paul Agjevic, I first saw him during our March of Life in 2008. So, er ging vom Konzentrationsstätte Buchenwald aus. This March of Life started in the concentration camp of Buchenwald. Und da ist ein ganz berühmtes Bild der Befreiung von Buchenwald. Da ist Elie Wiesel drauf zu sehen und eben auch Paul Agjevic. Und sie sitzen, sie liegen in diesen Betten drin, die übereinander sind. So, ich kannte ihn damals noch nicht. So, wir gingen auf den Marsch des Lebens. Und ein Jahr später kam ich nach Chicago. Und ich begegnete ihm. Und in einem Gottesdienst saß er in der ersten Reihe. Und ich ging auf ihm zu, weil ich wollte ihm als Deutscher um Vergebung bitten. Und ich dachte, dass er sehr reserviert mir gegenüber sein würde. Und er sagte, sprach in deutscher Sprache und freute sich, mich als Deutscher zu sehen. Und ich sagte, Paul, warum bist du so freundlich mir als Deutscher gegenüber? Und ich fragte ihn, Paul, wie ist es, dass du so kind mit mir, so freundlich bist, dass ich ein Deutscher bin? Das, was du in Buchenwald erlebt hast, das war so schrecklich. Du hättest jeden Grund, mich zu hassen. Und er sagte, pass auf, ich habe folgende Geschichte erzählt. So, als ich in Buchenwald war, war ich 16 Jahre alt. Und dann wurde Buchenwald aufgelöst. Und dann gab es eben Todesmärchen. Und ich ging auf den Todesmarsch. Und es war kältester Winter. Und wir gingen über eine Brücke. Und ich fiel von dieser Brücke ins kalte Wasser her. Und normalerweise wäre das mein Todesurteil. So, und der Wachmann, der SS-Offizier, kam und nahm mich und brachte mich in den Wald. Und ich dachte, dass er mich entschießen würde. Und in diesem Wald passiert auf einmal Folgendes. Und der SS-Offizier nahm seinen Ledermantel und riss die Embleme davon ab. Und er zog seinen Pullover aus. Und er zog mir den Pullover an. Und zog mir den Ledermant an. Und er rettete mir mein Leben. Und als Paul Agiewicz mir das erzählte, war ich so tief erschüttert. Als Deutscher, wir sind die Nation der Mörder. Wir sind die Nation, die Gnade und Vergebung verdient. Notvernechert. Und auf einmal höre ich von einem Deutschen, der auch etwas anderes getan hat. Und für mich wurde das so ein Bild. Vielleicht gebraucht der Herr uns Deutsche, um ihre Versöhnung zu lehren und Versöhnung weiterzugeben. Anderen diesen Pullover und diesen Mantel anzuziehen. Und das ist das, was ich einfach jedem Zuhörer und jedem, da wo ich predige und diene, einfach wünsche. Dass wir als Deutsche diesen Mantel der Versöhnung umlegen können. Diesen Mantel der Heilung, damit Menschen einfach wiederhergestellt werden. Dass ich die Geschichte von Paul Agiewicz gelernt habe. Und das Wunderbare ist, die Begegnung für ihn war so wichtig, dass er sie in seine Biografie mit hineingeschrieben hat. Und das Wunderbare ist, dass der Begegnung mit ihm so wichtig war, dass er es in seine Biografie hat. Und er ist ein wunderbarer Freund geworden. Und er wurde für uns ein wunderbarer Freund. Wir erinnern nicht nur diejenigen, die in den Holocaust verloren waren, sondern diejenigen, die für Freiheit kämpfen. Die Rescuern, die ihre Leben riskieren und die Jews auf dem Boden schlagen. Und unsere Soldaten, die in der World War II kämpften. Visit www.marchofremembrancerhuston.org für Informationen über ein Event in eurem Bereich. Hear Holocaust survivors, World War II veterans, and or their families, share their experiences as victims and liberators. Rise up and march against today's antisemitism. www.marchofremembrancerhuston.org Und, was er so wichtig ist, sieh und sieh und sieh und sieh und sieh und sieh und sieh.